Bevor das Video losgeht, abonnieren, liken und teilen. In der heutigen Folge, wer streamt es? Attack on Titan nicht mehr auf Netflix. Wo kann man Attack on Titan streamen? Und kann man Attack on Titan Staffel 4 legal in Deutschland schauen? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wer streamt es? Attack on Titan Staffel 1. Beziehungsweise Attack on Titan insgesamt, soll von Netflix am 30. November 2020 verschwinden. Und das ist leider super traurig, dennoch solltet ihr die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Attack on Titan Staffel 1, vielleicht sogar 2 und 3, nächstes Jahr auf Netflix wieder erscheinen wird. Also seid nicht traurig. Aber wer dennoch nicht warten möchte und unbedingt, bevor Staffel 4 in Deutschland startet, die ganze Serie legal recappen möchte, empfehle ich euch unbedingt Anime on Demand. Anime on Demand ist der Streaming Dienst für Anime Fans. Hier könnt ihr im Premium Abo nicht nur Attack on Titan Staffel 3 gucken, sondern auch alle Folgen von Attack on Titan Staffel 2 und alle Folgen von Attack on Titan Staffel 1. Und zusätzlich noch alle Filme von Attack on Titan, die jemals produziert wurden. Auch die Real-Life-Geschichte und so weiter. Das Ganze kostet euch monatlich 9,95 Euro. Oder ihr schließt ganze Pakete ab. Sozusagen ein 3-Monats-Abo, 6-Monats-Abo oder ein 12-Monats-Abo. Und spart euch eine Menge Kohle. Und das Coole dabei ist, für das Geld bekommt ihr nicht nur Attack on Titan, sondern viele andere Serien, wie zum Beispiel Code Geass, Fairytale, Detektiv Conan und viele, viele andere Serien. Das Einzige, was man nicht auf Anime on Demand schauen kann, ist leider Attack on Titan Staffel 4, die man glücklicherweise dieses Jahr legal in Deutschland schauen kann. Nämlich auf Wakanim. Attack on Titan Staffel 4 startet nämlich am 6. Dezember. Und das Schöne dabei ist, ihr könnt die Serie parallel zur japanischen Ausstrahlung auch in Deutschland legal verfolgen. Jede Woche erscheint bei Wakanim eine neue Folge von Attack on Titan mit German Sub, also mit deutschen Untertiteln. Und das ist relativ zeitnah zur japanischen Ausstrahlung. Also noch aktiver und zeitnah und legaler kann man die Serie gar nicht schauen. Leider kostet dieser Streaming-Dienst etwas. Nämlich 5 Euro im Monat. Wer ein genaueres Review zum Wakanim haben möchte, wir haben zu diesem Thema ein Video dazu gemacht, ob sich Wakanim lohnt oder nicht. Gerne anschauen, bevor ihr ein Abo abschließt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit sage ich, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann zeig es mir doch mit einem Daumen nach. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Channel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.